Die Tatsache, dass wir 2014 erstmals seit 1969 keine neuen Schulden mehr machen müssen, ist ein großartiges historisches Ereignis. Sehr viele von uns haben versucht, dieses Ziel zu erreichen. Wir schaffen es jetzt mit Finanzminister Wolfgang Schäuble und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Erstmals kommen wir mit dem Geld aus, das uns die Bürgerinnen und Bürger über Steuern, über Abgaben zur Verfügung stellen. Das ist eine historische Wende in der Fiskalpolitik des Bundes. Ein gutes Signal an die nachfolgende Generation, ein gutes Signal an unsere europäischen Partner und ein gutes Signal an die Wirtschaft. Denn nachhaltiges Haushalten ist die Voraussetzung für solides und nachhaltiges Wachstum.